Sind Nintendo Switch Bildverbesserer nutzlos? Das und mehr heute im ROP64 Gaming Podcast. Ja, herzlich willkommen. Ihr könnt das wie immer hier mitschauen mit Bild und Ton oder einfach nur zuhören. Beim Zocken oder was auch immer, vielleicht beim Liegeschütze machen. Das wäre mal was Neues. Ja, genau. Bildverbesserer auf der Nintendo Switch. Was meine ich damit eigentlich? Diese kleinen Dongles, die man an die Nintendo Switch anhängen kann, damit das Bild von der Nintendo Switch entweder besser oder größer wird. Manchmal auch beides. Also das sind dann solche Dinge wie hier. Ich nehme mal das hier als Beispiel her. So einen kleinen Stick, den hängt man hier zwischen Nintendo Switch und dem Fernseher. Und dann soll hier besseres Bild rauskommen. Über genau diese Art von Geräte sprechen wir heute. Und ich möchte mal nur so als vorab sagen, ich gebe hier einfach nur meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung wieder. Wenn ihr mir nicht glaubt, was ich hier sage, ist vollkommen okay. Dann holt euch das Ding trotzdem. Und wenn ihr glaubt, ich wurde bezahlt dafür, dass ich das sage, würde keinen Sinn ergeben. Weil ich werde hier wenig Positives über diese Dinge sagen. Und warum sollte mich da jemand dafür bezahlen, dass ich sage, dass das nichts bringt. Achtung, Spoiler. Aber ich werde noch ganz genau drauf eingehen. Also meine persönliche Meinung, unbezahlte Meinung. Obwohl ich diese Dinge geschenkt bekommen habe. Also ich habe keiner dieser Upscaler oder Bildverbesserer um mein eigenes Geld gekauft. Ich, undankbarer Lurch, bekomme so etwas geschenkt und spreche trotzdem schlecht drüber. Ja, selber schuld, dann schickt mir so etwas nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass ich ehrlich meine Meinung dazu äußere. Das habe ich aber von Anfang an auch klar gemacht, wie ich diese Dinge bekommen habe. Ich habe dazu geschrieben, ja, könnt ihr mir gerne zum Testen schicken. Aber ich werde meine ehrliche Meinung dazu kundtun. Ja, warum sollte ich es auch irgendwie anders machen? Hätte ich ja nichts davon. Außer, dass ich jetzt diesen Karton hier rumstehen habe bei mir. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was versprechen uns eigentlich diese Upscaler? Diese Dongles, die die Switch-Grafik besser machen wollen. Übrigens, ich spreche hier nur von Bessermachen des Nintendo Switch-Spieles. Ich rede nicht hier von irgendwelchen anderen Konsolen. Das habe ich alles nicht ausprobiert. Das interessiert mich auch alles gar nicht. Ich interessiere mich für Upscaling bzw. Bessermachen von Nintendo Switch-Grafiken. Zu allem anderen kann ich nichts sagen, will ich nichts sagen. Das dürfen andere testen. Ich spreche hier nur von Nintendo Switch-Upscaling. Ja, Nintendo Switch hat einen Ausgang von Full HD. Also das Beste, was ihr aus einer Nintendo Switch rausbekommt, egal ob Nintendo Switch oder Nintendo Switch OLED. Das Maximale, was ihr an euren Fernseher oder Monitor rausschicken könnt, ist Full HD. Das gleiche gilt natürlich nicht für die Switch Lite, weil die könnt ihr ja nicht an den Fernseher anschließen. Da macht das keinen Sinn. Also wir sprechen hier von Nintendo Switch OLED und der normalen Nintendo Switch, die man an den Fernseher weiterleiten kann. Natürlich, weil man muss ja den HDMI-Anschluss hier reinstecken und die OLED und die normale Switch sind die einzigen, die das haben. Und wo man auch am Fernseher spielen kann. Ja, also wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, dann macht das irgendwie vielleicht Sinn für euch. Ihr denkt euch, ja, mein Nintendo Switch hat ja nur einen HD-Ausgang. Ich hätte aber lieber meine Nintendo Switch-Spiele in Full HD. Nicht nur in Full HD, sondern eben auch in 4K. Ja, weil worum kauft man sich einen Fernseher in 4K, damit man natürlich 4K schauen kann. Logisch. Und die Switch haut halt eben nicht genug Auflösung raus und da kaufen sich dann die Leute halt diverse Geräte dafür. Was aber eigentlich nicht notwendig ist, weil ihr könnt an einem 4K-Fernseher ein HD-Gerät anhängen. Also ihr könnt einen normalen Nintendo Switch, einen Nintendo Switch OLED, ganz normal an euren 4K-Fernseher anhängen. Und seht dann das Bild von der Nintendo Switch, so wie es halt rausgehauen wird, eben in Full HD. Funktioniert problemlos ohne Dongle. Ihr könnt also beruhigt sein und auf euren 4K-Fernseher mit der Nintendo Switch spielen, ohne dass ihr irgendetwas zusätzliches kauft. So, manche Fernseher, es gibt TVs, die können Upscaling. Also manche Fernseher haben da Filter eingebaut, die ein bisschen besseren, teureren vielleicht. Wenn ihr denen mit einem HD-Signal kommt, gibt es Modelle, die können das verbessern. Und das Ganze sieht dann geringfügig besser aus. Die machen dann, nehme ich mal an, was ähnliches, wie diese Dongles hier, die man kaufen kann. Nur, dass das halt der Fernseher dann selbst macht. Also bevor ihr euch vielleicht so ein Dongle zulegt, überlegt mal oder schaut mal nach in eurer Fernsehbeschreibung, ob das euer 4K-Fernseher nicht zufälligerweise sowieso schon kann. Weil dann wäre das ja ein bisschen verbranntes Geld, sagen wir mal so. Dann gibt es sogar 4K-Fernseher, die können nicht nur das Upscaling, sondern die können das Bild auch verbessern. Beziehungsweise haben dann oft auch einen Gaming-Modus oder einen Retro-Gaming-Modus. Auch das habe ich schon bei Fernseher. Ich glaube, es war ein LG oder Samsung war das, glaube ich. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Ich möchte auch gar keine Fernsehmarkenwerbung machen. Es gibt auf jeden Fall diese 4K-Geräte, die eben diesen Gaming-Modus haben. Der nicht nur für schnellere Bilddarstellung da ist, sondern oft auch Upscaling macht. Insbesondere, wenn der Fernseher so eine Art Retro-Modus hat. Wie gesagt, auch das gibt es. Vielleicht mal im Menü durchklicken oder die Beschreibung durchwälzen vom 4K-Fernseher. Ob es da nicht irgend so eine Option gibt und man sich so ein Dongle sozusagen sparen kann. Also soweit zum, vielleicht braucht ihr das gar nicht, vielleicht habt ihr das ja schon. Und dann kommen wir mal zu den Modellen, die ich ausprobiert habe. Also ich habe hier ausprobiert den M-Classic. Das ist dieses Ding hier. Ich halte es euch mal in die Kamera. Den M-Classic habe ich ausprobiert. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch am Schluss noch. M-Classic, dazu habe ich ein ausführliches Video gemacht. Also ich habe mir echt viel Mühe und Zeit gegeben, um dieses Gerät zu testen. Und dann habe ich den hier auch noch bekommen. Kurz darauf wurde ich angeschrieben und da wurde mir dann dieser hier zugeschickt. Der ist von Photofast. 4K Enhancer. Also ein Bildverbesserer auf 4K. Auch speziell wieder für die Nintendo Switch. Es steht zwar auch drauf, Wii U, PlayStation 4. Und naja, es muss halt irgendein altes Gerät sein und irgendein Gerät sein, das kein 4K hat. Aber natürlich einen HDMI-Einschluss. Sonst geht das Ganze ja nicht. Und da gibt es nicht so viele. Eben die Switch, PS4 und Wii U wird hier angepriesen. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für den M-Classic. M-Classic und diese zwei Geräte unterscheiden sich ein bisschen. Weil der M-Classic zielt eher so ein bisschen auf die Retro-Schiene ab. Der hat da auch einen eigenen Modus extra nur für Retro-Spiele. Was vom Filter her dann erstens einmal nicht 16 zu 9 rausgibt. Sondern eben dieses 4 zu 3 wie bei den alten Fernsehgeräten. Und außerdem ist er dann drauf ausgelegt, die Pixel scharf zu machen. Also ist dann eher auch für Pixel-Games. Und da hat der einen eigenen Modus. Das hat dieses Ding hier nicht, muss man sagen. Das hat dieses Ding hier nicht. Ja, so viel, so weit, so gut. Ich habe die beiden ausprobiert. Und ich musste feststellen, vor allem, was ja auch hier versprochen wird. Es wird ja hier nicht nur das Upscaling, also das Aufblasen von HD auf 4K versprochen. Sondern es wird ja auch versprochen hier, dass hier Anti-Aliasing oder dass das Bild besser wird. Dass die Kantenglettung besser wird. Wird ja hier auch versprochen. Ich habe das bei beiden ausgetestet und das stimmt. auf einem massiven 4K-Fernseher. Also ich weiß nicht, ob man was Größeres zu kaufen kriegt. Und ich weiß auch nicht, wofür man so einen großen Fernseher braucht. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Aber auf einem massiv großen 4K-Fernseher ausprobiert. Und alle, also beide Sticks ausprobiert auf diesem riesen 4K-Gerät. Und ich muss sagen, also ja, Kantenglettung ist da. Man sieht es besonders im Menü zum Beispiel von der Switch. Dass hier, wenn das Bild so massiv viel größer gemacht wird, die Kanten ein bisschen runder aussehen. Ja, also da merkt man es deutlich. Im Spiel selbst habe sowohl ich als auch der Assistent nichts gemerkt. Also ich war nicht der Einzige, der das ausprobiert hat. Und auch derjenige, der zugeschaut hat, der Besitzer des Fernsehers, der hat im Spiel auch keinerlei Unterschied gemerkt, ob man jetzt das Dongle einschaltet oder nicht. Ja, also wir drei haben keinen Unterschied bemerkt bei beiden Geräten. Also im Blindtest konnten wir nicht sagen, ob das jetzt eingeschalten ist oder nicht. Also einer schaltet es ein oder schaltet nicht ein, fragt den anderen, ist das Ding eingeschalten, ist das Ding nicht eingeschalten, der andere antwortet. Es war uns nicht möglich herauszufinden, ob es eingeschalten ist oder nicht. Und das bei beiden Dongles. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht seid ihr alle drei blind. Ja, kann sein. Ich brauche eigentlich normalerweise keine Brille. Jetzt werden vielleicht andere sagen, noch. Aber ja, also wir haben es alle nicht gesehen. Und da sind auch einer der Tester, sagen wir mal so, war unter 20. Also hat noch ganz frische Augen und hat den Unterschied beim Zocken auch nicht gemerkt. Jetzt werden welche sagen, welche Spiele habt ihr denn ausprobiert? Wir haben einiges ausprobiert. Wir haben Zelda ausprobiert. Also Zelda Series of Kingdom haben wir ausprobiert. Wir haben No Man's Sky ausprobiert. Wir haben Mario Kart ausprobiert. Und irgendwie, ja, also wir konnten keine für uns sichtbare Verbesserung sehen. Ja, das ist das Fazit. Wir konnten auf dem riesengroßen 4K-Fernseck keine Verbesserung sehen. Was jetzt nicht heißt, dass das Ding nichts macht. Weil im Menü selbst haben wir es ja gesehen. Also das Ding macht etwas. Also ich behaupte hier nicht, dass dieses Ding nichts tut. Dass diese Dinge tun irgendetwas. Aber es ist meiner Meinung nach im Spiel selbst auf großen Fernsehen nicht sichtbar. Aber warum gibt es dann so viele Videos da draußen im Internet, die behaupten, dass diese Dinge voller heiße Scheiß sind? Ich sage das jetzt einfach mal so. Also sowohl der M-Classic auch als der Enhancer hier. Da gibt es noch tausend verschiedene andere Produkte. Die machen alle das Gleiche mehr oder weniger. Und ja, warum behaupten die, dass das voll was bringt, dass man einen Unterschied sieht? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, warum. Vielleicht kriegen die Geld. Ich habe kein Geld bekommen dafür. Aber was ich noch viel eher glaube ist, was auch ich bemerkt habe. Wenn man so ein Ding zugeschickt bekommt für 130 Euro oder 160 Euro. Und man kriegt das einfach so zugeschickt zum Testen und kann sich das Ding dann nachher auch behalten. Dann muss man sagen, hat man ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei und ein bisschen schlechtes Gewissen dabei zu sagen, das Ding ist nutzlos für mich. Ist auch mir schwer gefallen. Deswegen habe ich im Test dann zu dem Video, ich habe ein Video dazu gemacht, im Test weniger bewertet, sondern mehr hergezeigt, was die Unterschiede sind. Und wo ich sie gefunden habe und wie viel Aufwand ich betreiben musste, damit man einen Unterschied sieht. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen daran liegt, wenn man was geschenkt bekommt, möchte man nicht unhöflich sein. Man denkt sich auch, hat so vielleicht im Hintergedanken. Vielleicht kriege ich dann auch mal was Cooleres zugeschickt zum Testen und möchte dann bei diesen ganzen Marketingfirmen nicht auf die schwarze Liste vielleicht auch kommen. Aber das ist mir jetzt mal egal, weil ich, irgendjemand muss es ja mal sagen und wie gesagt, Geld springt dafür sowieso nicht raus. Und diese Dinge machen halt einfach nicht viel oder für mich nicht merklich. Ja, dann aber noch, werdet ihr sagen, ja bei den Kommentaren von den Videos, ja da tut sich ja einiges. Und in den Wertbewertungen auf Amazon und den ganzen Plattformen, da gibt es so viele tolle Kommentare, die diese Dinge loben. Warum? Manche sagen ja sogar, dass man beide diese Geräte, beide Geräte nacheinander anschließen, habe ich auch schon gelesen, beide Geräte zuerst aneinander anschließen. Manche sagen zuerst den M Classic und dann das 4K Modell, andere sagen zuerst das 4K Modell und dann den M Classic. Und ja, einfach mal knapp 300 Euro ausgeben für Bildverbesserer hintereinander schalten. Ein besonderes Hobby. Auch das habe ich in den Kommentaren gelesen. Man kann das hintereinander schalten, dann wird es noch geiler. Ja, nein, ich habe es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Wenn ihr das Ding hintereinander schaltet, nein. Also ich habe da nichts bemerkt, dass da jetzt dann plötzlich die Grafikexplosion rauskommt. Ich habe ja zufälligerweise beide Geräte auch da. Ja, es ist leider nicht wahr oder nicht für mich, für meine Augen nicht bemerkbar, dass da, wenn ich die beiden Dinge hintereinander schalte, dass da was rauskommt, was Besseres. Passiert einfach nicht. Passiert einfach nicht. Aber wie gesagt, in den Kommentaren, darauf wollte ich eigentlich reingehen, in den Kommentaren auch zu meinen Videos gibt es immer wieder Leute, die feiern das Ding extrem ab. Und schreiben Kommentare in Aufsatzlänge. In Aufsatzlänge Kommentare, warum dieses Ding gut ist und bei welchen Spielen man am besten den Unterschied bemerkt. Endlose Kommentare, also wirklich lange Kommentare werden da geschrieben. Aufsätze, kleine Masterarbeiten, okay, ich übertreibe, aber wirklich lange Kommentare, ausführliche Kommentare. Und das schreibt kein normaler Mensch. Meine Behauptung, ich behaupte einfach, kein normaler YouTube-User setzt sich hin und schreibt ein endlos langes Kommentar, wie geil dieser Upscaler ist, wenn er dafür nicht irgendwas hat. Also, kein Mensch schreibt zum Spaß, solange Aufsätze, dass das geil ist, das Teil. Wenn ich ja im Video nicht mal behaupte, dass es nicht geil ist, sondern einfach nur herzeige, wie wenig es macht. Und dann setzt sich einer rein und man muss aber dazu sagen, diese Kommentare sind immer sehr positiv gehalten. Diese Kommentare sagen nie, das Video ist kacke, das du gemacht hast. Das stimmt so alles nicht. Nein, die sind sehr positiv gehalten, marketingtechnisch sehr klug, sondern schreiben sozusagen eigene Erfahrungen, wie gut dieses Ding ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht, ich kann es natürlich nicht beweisen. Ich habe auch keine Lust, da jetzt irgendwie investigativ reinzugehen. Das ist nicht der Sinn von diesem YouTube-Kanal hier. Aber ich glaube, dass diese Kommentare vielleicht ein bisschen was davon haben, dass sie diese Kommentare schreiben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und das Ganze sieht man nicht nur unter meinen Videos, das sieht man unter anderen Videos. Wobei es gibt wenig kritische Videos. Ich habe mir ein paar Videos zu diesen Upskillern angesehen. Da sind alle voll begeistert und voll mit dabei. Ich bin wohl einer der wenigen, die sagt, Leute, es spart euch das Zeug. Die 130 Euro oder 160 Euro macht irgendwas Schönes damit. Kauft euch Wiederspiele davon oder spart das Ganze für die Switch 2 oder für einen schönen Fernseher, der vielleicht gutes Bild macht oder so. Aber Leute, nicht dafür ausgeben. Nicht für so etwas hier ausgeben. Zumindest nicht in Bezug auf Nintendo Switch. Das sieht man nicht. Vielleicht bildet man es sich ja ein. Das kann ja auch sein. Das kann ja so ein psychologisches Ding sein. Du gibst 160 Euro für so einen Upskiller aus. Bekommst nach Hause geschickt 160 Euro. Für mich viel Geld. Keine Ahnung, wie es für euch da draußen ist. Also richtig viel Geld. 160 Euro. Und dann kannst du dir nur schwer eingestellen, wenn du das Ding anschließt. Vielleicht siehst du es dann automatisch. Vielleicht fühlst du es einfach dann, dass es besser ist. Weil du ja 160 Euro dafür ausgegeben hast. Und wenn es nichts bringen würde, dann würdest du dir ja selbst eine Fehlentscheidung eingestehen müssen. Und sich selbst Fehlentscheidungen eingestehen ist immer schwierig. Also ich als Verkäufer kenne das natürlich, diese Mechanik, dass sich Leute, die mal was gekauft haben, meistens sehr, sehr schlecht darin sind, sich einzugestehen, dass das, was sie gekauft haben, entweder schlecht ist oder das, was sie gekauft haben, ein Fehlkauf war. Das passiert sehr, sehr selten, weil sich selbst Fehler eingestehen. Da sind wir Menschen einfach schlecht darin. Wir wollen einfach eigentlich uns selbst immer gut dastehen lassen. Vielleicht spielt das auch da ein bisschen mit rein. Vielleicht auch in diesen Testvideos mit rein. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich das Ding halt selbst gekauft haben und nicht so wirklich zugeschickt bekommen haben. Die müssten dann natürlich irgendwas finden, weil sonst hätten sie ja 160 Euro verbrannt. Ja, schwierig, 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 schwierig. Also Leute, ihr seht, das Ganze ist alles nicht so einfach. Ja, dass ich hier so einfach drüber reden kann, das verdanke ich natürlich auch ein bisschen euch. Ich bin ja finanziell nicht darauf angewiesen, dass mir hier irgendjemand etwas bezahlt dafür, dass ich sage, holt euch das Zeug, der richtig geile Scheiß. So, das können jetzt irgendwelche Leute aus dem Kontext rausnehmen und natürlich damit was anderes machen. Aber wie gesagt, das wird hier von mir nicht kommen, weil wie gesagt, ich kriege nichts dafür und kann hier neutral sein. Dank euch auch, denn es gibt hier einige Kanalmitglieder, die diesen Kanal regelmäßig mit 1 Euro oder 2 Euro unterstützen. Kanalmitglieder haben auch den Vorteil, dass sie die Podcast-Folgen immer ein bisschen früher und vor allen anderen bekommen. Als kleines Dankeschön für die Unterstützung. Ja, das war der M-Classic und der Foto... Wie heißt der andere? Ich habe es schon wieder vergessen. Fotofas 4 Gamer Pro Test hier. Ich mache zudem hier kein weiteres Video mehr. Ich habe keinen Bock, euch zu... Ich mache keinen Bock, einfach ein Video zu machen, um zu sagen, Leute, da sieht man nichts. Dazu brauche ich kein Video machen. Das macht keinen Spaß und bringt niemandem etwas. Vielleicht kommt ja der eine oder andere auf dieses Video und schreibt mir da ein nettes Kommentar, dass dieses Ding, ich habe keine Ahnung, überhaupt das keine Ahnung, wird dann wieder in den Kommentaren stehen, das Ding, ich habe so richtig geile Erfahrungen damit gemacht. Mein Bildschirm hat mir die Netzhauts weggebrannt, weil diese Grafik so geil war. Vielleicht kommen diese Kommentare auch hier unter dem Podcast. Würde ich feiern, würde ich lustig finden. Also, wir sind am Ende. Danke für eure Unterstützung und ich verlinke euch hier nochmal meinen ausführlichen M-Classic-Test. Schaut euch den an oder ihr haltet euer Geld auf jeden Fall gut in eurer Geldbäuse. Also, haltet euer Geld fest und überlegt dreimal, bevor ihr Geld für so etwas ausgibt. Meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung.